Ich will einmal zu dem Typen hin und ihm seinen scheiß Hals um den Hals drehen. Weißt du, so den Hals nehmen, drehen, abreißen und dann den Hals verlängern und dann nochmal dieses Stüppelchen, was es noch am Körper heckt, nochmal drum zu drehen. So. Hat er verdient. Hey, Pete. Die Station verfolgt GPS-Chips, die in der Stadt an Vögeln und anderen Wildtieren befestigt wurden. Sie sammelt Umweltdaten, was Mom wichtig war, und verbessert die GPS-Technik für Oscorp, was Dad wichtig war. Also ist sie wahrscheinlich sicher. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Hey, vielleicht finde ich mit der Technik hier meinen verlorenen Spider-Bot wieder. Die Dinger sind zu teuer, um verloren zu gehen. Okay, ich habe das Tracking-Signal am anderen Spider-Bot erhöht. Jetzt kann er seinen Bruder aufspüren. Ich habe das Signal des anderen Bots im Park verloren, also muss ich diesen hier dort absetzen. Nichts Ungewöhnliches. Ich gehe nur mit meinem Spider-Bot im Park spazieren. Wie jeder andere auch. Was mir jetzt gerade an Harry aufgefallen ist, das fand ich jetzt gerade in diesem Gespräch zumindest sehr nörflich, weil es da sehr auffällig war. Harry macht vor jedem Satz ziemlich laut. Einmal Tiefluft und... Das macht er sehr häufig sehr verstärkt und das finde ich doch noch ein bisschen nervig. Okay, erfolgt den Ping-Signalen des anderen Spider-Bots. Mal sehen, wo es hingeht. Na, eigentlich auch. Ader hochklettern? Ah, hier geht es runter. Der ist auch scheiße. Spider-Bot, aber kann nicht die Wände hochklettern. Aber hier durchkrabbeln. Da. Muss doch auffallen. Irgendwie ist riesig ohne Ende. Hallo? Ah. Kingping Knockdown. Fizz Arrested for Wrecketeering. Ach, da ist ja nichts. Na, da ist es. Ja, die haben vergessen, die Passanten nämlich auf Deutsch zu machen. Mal wieder. Dafür noch kein Patch gab. Oh. Oh, cool. Oh, hallo. Hallo. Nochmal, Tschüss. Ja, wohl auch nicht. Ist auch ganz cool, eigentlich mal so die Sicht aus Rattengröße zu beobachten. Bin wir da. W-w-w-mein Gott. Ja, was zum... Oh, das soll wohl ein Witz sein. Wenn ich den Vogel erschrecke, lässt er den Spider-Bot fallen. Mann, diese Taube ist stark. Die macht bestimmt Krafttraining. Woher weiß, dass die stark ist? Endlich ihr Nest. Moment. Da ist der andere Spider-Bot. Ich habe eine gefiederte Kleptomanen erwischt. Weil ich jetzt weiß, wo beide sind, wird es Zeit für eine Rettungsmission. Wie geil ist das denn? Die Taube Cloud hat einfach alles. Harry hat mir echt einen Gefallen getan. Könnte ich ihm nur danken. Ich muss die Spider-Bots überarbeiten, bevor ich sie wieder in die Welt entlassen kann. Neues System drauf spielen. So. Na gut. Geh mal da hin. Das wird jetzt ein Fest an Gekloppe. Rate mal, ob ich ein Mann oder ein Weib bin. Und wie alt ich bin. Da du Titan King hieß, gehe ich stärker davon aus, dass du ein Junge bist. Wann? Junge? Ich weiß jetzt nicht. Alter. 15, 16, 17. Irgendwie sowas in diesem Dreh rum. Da du auch gesagt hast, dein Dad. Deswegen. Kannst du jetzt nicht so all sein. Vielleicht auch nur 13? Mehr anzustellen. Juri. Hier wimmelt es von Fisks Männern mit verdächtigen Beulen. Äh, Waffen. Ich rede von Waffen. Natürlich. Ich kann keine Razzia wegen Beulen anordnen. Nur ein Tipp. Aber es kann schnell ein öffentlicher Aufruhr daraus werden. Ich kann nicht, wie kann ich das nochmal... Ach, genau so kann ich das nochmal machen. Genau. Ich kann dann so... Ähm... Blau Attackdown. Bin 10 unter... Bin Junge. 10? Und dann darfst du im Vorhinein Sachen kaufen für so viel Geld. Mein Gott, hast du ein Glück. Wenn ich da mal zum Spiel auch so viel ausgeben dürfen. Die meisten davon sind tot. Sicher, also... Oh, mit dir. Da geht es nur um Masse und Kraft. Er ist mir erneu, dass Sumoringer das machen, was der Boss macht. Er hat nicht nur Sumo-Tipps. Er ist auch sicher, ne? Aber zu viele Fragen sind auch schlecht für die Gesundheit. Ah, Gefahr, Gefahr. Jetzt ist er sicher. Komm mal her. Mach mal eine Pause. Jetzt aber? Sicher, sehr schön. Und schlaf gut, mein Kätzlein. Hoch. Hier hin. Da ist noch einer. Der ist an sich sicher. Kann ich von hier aus den Law Attackdown machen? Kann ich, sehr schön. Was bringt es eigentlich, Mod zu haben? Ähm... Arachnophobie. Mal kurz gucken. Ich sag's dir sofort. Äh... Verführende 75 lautlose Takedowns. Oh, 64% haben die gerade mal. Den habe ich auch schon. Die haben nur 60%. Ich trage fünf neue Spider-Anzüge. Die haben nur 60%. Habe ich schon. Äh, warte mal. Ähm... Ich könnte ja irgendwo... Ne, nicht privat. Sortieren. Na, selten. Wo habe ich... Warte mal, die seltenste Trophäe gerade ist, die ich hier von Spider-Man schon habe. Das ist tatsächlich diese hier. Alle Überwachungstümer sind aktiviert. 60%. 40% da. Nein. Nein, 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 nein. Knell hoch. Ich muss pinkeln. Ich muss pinkeln. Ich muss erst mal gerade hier mich irgendwie verkrümmeln. Einer da. Weißt du? Ah. Äh... Ein Mod zu haben. Ähm... Du bist sozusagen für mich der Aufpasser hier im Chat. Wo er zumindest das wäre. Ein Mod ist tatsächlich ein Aufpasser für mich im Chat. Wenn das hier wirklich mal voll werden würde. Äh... Um wirklich, ähm... Verbotene Sachen... Zu bestrafen. Ja. Nein! Oh. Shit. Nicht gut. Das kann ich ja ganz schnell. Wo er weiß, dass Spider-Man hier ist. Bis am Schlafen. Ja, ich bin sicher sogar. Oh, sehr schön. Nein! Nein! Die haben mich! Es war so knapp! Trifft drei Gegner mit Gerüsten. Nur ein 20 Treffer-Kombi durch. Mach sie nötig! Mach sie nötig! Mach sie nötig! Mach sie nötig! Nein! Die habe ich getroffen! Du Arschloch! Mach sie nötig! Mach sie nötig! Mach sie nötig! ich kann gerade nicht im chat gucken leider ich weiß auch nicht was ich diese groß kombi sind gerade deswegen ach was ich darf nicht gewinnen ich zeig dir mal wie ich gewinne hier ja du stirbst ja traurig dass ich immer denke alle wollen mich umbringen wenn jemand auf mich zu rennt das wollen sie immer nein ich hatte gerade so ich wollte nur 100 komponieren schaffen die schnelle form der geldwäsche da könnte fisk sein geld im moment packen ich bin hier voraus ich bringe verstärkung klasse so langsam war ich diese anderen typen leid oh oh ja ja fick dich und sagt noch mehr wenn man jemanden findet der sich wie willys leute für einen verbrügel lässt kann man sich glücklich schätzen da ist ich sehe nichts mehr ach komm hört auf hört auf hört auf ich bin ausgewichen wie ein wichser jetzt stirbt endlich jetzt stirbt endlich das haben wir getan er hört das war hier gerade auch auf dann ist ganz echt schon massiv hier jetzt stirbt endlich da oben stand noch einer da habe ich gesehen du bist als erstes dran ja ja ach das ist noch einer heini könnte mod haben hört sich cool an kannst du mir mod geben ich gebe mod nur tatsächlich leute die wirklich regelmäßig bei mir da sind und die für mich auch eine vertrauensperson sind weil mod hat schon sehr viele rechte der kann theoretisch wirklich jeden in meinem chat bannen so dass nur er wirklich schreiben kann und das finde ich dann doch schon ziemlich hohe rechte da kann ich nicht wirklich sagen ob jemand wirklich so eine vertrauensperson ist die person muss ich wirklich länger und auch näher kennen tatsächlich wunderschön und weiter sagen käse irgendwann erfinde ich ein stoff der klang und lichtwellen deformiert ein tarnanzug wäre sehr praktisch oh ja ach wir sind fast stufe 15 mir fehlt nur noch 190 ep wir haben 1 und 2 minuten schon hast du minecraft auf der switch nein minecraft habe ich nicht auf der switch ich habe es für pc und ps4 das reicht für mich auch aber die pc äh pc und gute nacht die pc variante kann glaube ich sogar mit der switch zusammen zocken wenn mich nicht alles täuscht und toller was zumindest die windows 10 variante von microsoft kann mit das alter hör mal auf das tat weh alter wo denn jetzt noch da hinten die sind gerade neu hinzugekommen kann das sein und hoch und hoch in der luft seid ihr machtlos nach weise die dämonen fahren keinen gang runter 190p bekommen und somit mein level up das dieses fünktchen hat gefehlt plus 5 prozent schluggeschwindigkeit von denen gibt es noch mehr nice gefällt mir hashtag gefällt mir hashtag like so ähm ich mache jetzt ne das gebiet habe ich auch soweit fertig wer hat forschungsstation 1 und 2 wo ist denn hier eine ist hier noch nicht freigeschaltet dann wohl die fehlt mir dann hier das gebiet habe ich dann auch soweit fertig flieger verbrechen und dämonen verbrechen muss ich noch machen ah jetzt sind auch noch dämonen verbrechen hinzugekommen die muss ich alle machen ah ah ok ja gut das machen wir dann später ich habe ja gesagt sobald wir eine stunde ne mission gemacht haben machen wir die haupt mission weiter das habe ich jetzt wir sind jetzt bei einer stunde und somit geht es jetzt mit den haupt mission weiter dam 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 ja 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 händler was ist das für eine trophäe die sogar noch seltener 38,3 prozent nur fahrer vorfahren mit der u-bahn es sind anscheinend nicht viele leute mit der u-bahn gefahren entweder waren sie noch nie soweit oder haben keine lust gehabt weil sie das schwingend cooler finden hier ich versuche auch gleich noch anzugucken ja ich kann jetzt gerade nicht runter gehen was da so steht doch jetzt fortschritt ich habe jetzt nur bronze trophäen wie great da sammeln alle die trophäen ich liebe man hätten 100 prozent abschluss in allen distrikten das wollen wir haben ich will auch alle die trophäen haben versteckt Trophäe die wurden noch nicht entdeckt das hast du so für spiele die wir vielleicht zocken könnten ähm ich habe viele spiele auf der switch oder wo meinst du jetzt wenn du explizit auf der switch meinst da habe ich tatsächlich nicht viel spiel eine versteckte trophäe die ich nicht habe aber bei 70 prozent der spieler ja hier auch ich und bleib unten schließt ein kampf benchmark der stufe 1 ab ich bin da ein sammelobjekt der black cat ja gut kann auch sein dass ich noch gar nicht gefunden habe weil ich noch nicht so weit in der story bin das kann natürlich sein ps4 oder switch ps4 dort habe ich auch für spiele das passt weiter mein äh gran turismo kingdom hearts da habe ich tatsächlich nicht viele spiele erstmal für die ps4 für die switch auch selber nicht ich mach mal kurz meine maus auf der ladestation